Ja, Husqvarna hat ein spezielles Reinigungsset für ihren Rasenroboter entwickelt. Das Set eignet sich für die schnelle Reinigung direkt an ihrem Automower vor Ort oder auch vor dem Winter in der Werkstatt. Das Set besteht aus zwei Bürsten, einem magnetischen Schraubendreher, einem Schleifpad zum Reinigen der Kontaktbleche, einem Kunststoffpflegespray, einem Handtuch und alles ist praktisch in einer Kunststoffbox verstaut. Hier der magnetische Schraubendreher beim Messerwechseln. Hier kommt der Kunststoffpflegespray zum Einsatz für die Reinigung und Pflege des Gehäuses. Und das Ganze wird dann mit dem Mikrofasertuch abgetrocknet bzw. gereinigt. Die Kontaktbleche des Automowers werden dann mit dem Schleifpad gereinigt. Weitere Infos dann wie immer auf robomare.de Und das Ganze wird dann mit dem Pflege des Gehäuses. Und das Ganze wird dann mit dem Schleifpadekt. Sollte DAS 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 Vielen Dank.